Musik 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 mal schüchleit und was geht es dann wieder auf dem kanal heute ist ein bisschen real talk ja also den juli in skyblock gibt es nicht mehr denn jetzt wird dieser kanal mein und lukas kanal wird jetzt zu einem kompletten kanal also trygames wird jetzt mit realvideos, gamevideos, artenvideos, alles was euch zugefällt aber der kanalvideos wird auch noch dabei sein das ist alles normal, da wird alles vorkommen also juli in skyblock wird komplett verärzt da werden keine videos mehr hochgeladen so ist es nicht, aber ja wie soll ich sagen auf jeden fall werden da noch vlogs und so kommen parkourvideos, trainingvideos mal kurz wird auch alles mal so kommen mein vergang kann auf die Blackout kommen wird das falsch immer angezeigt mein Körper spiegelt sie sich und wie gesagt GTA wird immer regelmäßig kommen so GTA wird jetzt immer so regelmäßig kommen weil na gut man weiß jetzt es ist aber auch keinen Spaß mehr macht so viel GTA zu spielen ähm Fortnite wird dieses Jahr auch noch kommen ich muss mit Ocas noch ein bisschen machen und tun neues Intro herstellen das ist auch so viel Arbeit und ja ich muss den Termine noch machen wann ich streame, wann das ist alles so, so, so viel jetzt kommen auch noch Fischvideos so Aquariumvideos auf ähm meinem Kanal ja also auf den Trey Games Kanal jetzt ha ja wenn euch diese Nachricht gut gefallen hat dann lasst mal ein bleibt noch bleibt noch bleibt noch bleibt da kein vergessen und ich sage bis zum nächsten Mal und tschau uuuh uuuh